Wahre Worte. Willkommen zu einer neuen Folge Wahre Worte über unser Gesundheitssystem. Wahre Worte. Hallo liebe Freunde der Warenworte. Heute beginnen wir mit dem Thema Ernährung Gift auf unserem Teller. Hört sich erstmal dramatisch an. Ist es leider auch. Und ich meine das nicht zynisch oder spaßig, sondern bierernst. Wenn man sich mit dem Thema Gesundheit, gesund bleiben und Genesung beschäftigt, bemerken die meisten erst, dass unsere Ernährung da schon ihren Einfluss hat. So ein bisschen. Auch bei sportlicher Leistung spielt Ernährung eine extrem große Rolle. Was viele beim Sammeln der Informationen nicht wissen und auch nicht wissen können, wie sehr unsere Ernährung Einfluss auf unsere Gesundheit hat. Bei gesunder Ernährung denken die meisten Menschen an Grünzeug, ausgewogen, vielleicht ein bisschen fettreduziert. Viele Proteine. Warum auch immer viele Proteine. Oder an gewisse Lebensstile, wie vegetarisch bzw. vegane Ernährung. Ganz viele Leute wollen euch erzählen, was gesunde Ernährung ist. Und auch online bzw. medial werdet ihr überschüttet mit Informationen, wie man sich am besten gesund zu ernähren hat. Und hier will ich euch mal kurz abholen. Es geht nicht um eure Lebenseinstellung bzw. Ernährungsphilosophie. Ihr könnt euch gesund bzw. gesünder ernähren, ohne vegan zu werden. Ja. Ohne Scheiß. Gesunde Ernährung heißt nicht Veganismus oder ähnliches. Gesunde Ernährung ist bewusste Ernährung. Sprich, ich weiß, was ich da für ein Produkt habe, was da drin ist und vielleicht wo es herkommt. Ich kenne mich mit meinem Ernährungsstil aus und bin darüber wirklich informiert. Denn ich kann mich vegan ernähren. Und trotzdem geht es einem irgendwie schlechter. Und man hat das Gefühl, dass die Kacke einem nichts bringt. Könnte vielleicht daran liegen, dass man sich mit veganer Ernährung nicht wirklich auseinandergesetzt hat, sondern einfach nur ein, ja, auf tierische Produkte verzichten tut und auf die sehr praktischen Ausweichprodukte von Nestle & Co. ausweicht. So eine vegane Bratwurst kann auch lecker sein, kann aber auch gefühlt eine unterarmlange Liste an Zusatzstoffen bzw. Inhaltsstoffen haben. Kleiner Spoiler, nicht gut, überhaupt nicht gut. Kleiner Tipp, wenn man sich vegan ernähren möchte, was vollkommen okay ist und für viele Menschen das Alpha und Omega ist, macht das bitte. Wichtig, nur an dieser Stelle ganz kleine Info. Informiert euch darüber. Und informiert heißt nicht, ihr habt jetzt mal ein Buch über vegane Ernährung gelesen oder, Gnade Gott, ihr folgt jetzt einem TikToker bzw. YouTuber. Ihr solltet am besten 30 bis 40 Bücher gelesen haben und euch gefühlt 20 bis 30 unterschiedliche YouTuber angeschaut haben. Ein bisschen übertrieben, doch wie wollt ihr anders euch Wissen aneignen und das wirklich Wissen beurteilen zu können? Was da steht bzw. was die Person da labert, muss man sich Wissen aneignen. Und das braucht Zeit, Energie und Nerven. Das, was wovon wir, Autonormalverbraucher, meistens leider nicht haben. Wenn ihr das nicht tut, folgt ihr nur einem Trend, was leider meistens nicht gerade euch und vor allem nicht eurer Gesundheit dient, sondern zu 90% dem Profit von jemanden. Bitte vergesst nicht, die meisten Influencer haben Werbepartner, die massiven Einfluss auf ihre Präsentation haben. Und nur die wenigsten Influencer sind da wirklich transparent. Die meisten sind da eher so semi-transparent bis gar nicht. Denn es geht wie immer um das gute alte Geld. Doch ich weiche ab. Es gibt gute Gründe, warum die Lebensmittelintoleranzen, Allergien bzw. Unverträglichkeiten immer mehr und mehr wachsen. Warum bestimmte Krankheitsbilder immer mehr und mehr auftreten. Und es liegt nicht nur an der Diagnostik, wie es der Mainstream einem gleich erklären möchte. Also sobald so ein ganz einfaches Lösung herbeigesprungen kommt zu einem Problem, muss man eigentlich immer so ein bisschen hellhörig werden. Also diese Diagnostik, die ist viel besser geworden. Nicht unbedingt. Also die ist zwar besser geworden, das führt auch dazu, dass man Sachen viel besser erkennt, aber man erkennt auch viel mehr Sachen gerne falsch. Oder dort, wo es eigentlich gar kein Problem gibt. Falls ihr versteht, was ich meine. Sondern die Ursache liegt vielleicht eher an den unzähligen Zusatzstoffen, Inhaltsstoffen beziehungsweise das, was in die Produkte und Lebensmittel einfach mal so reingepanscht wird, um diese zu strecken und möglichst billig auf den Markt schmeißen zu können. Selbst der Fokus hatte 2022 darüber berichtet, dass die Zahlen von Darmkrebserkrankungen in den letzten Jahren immer mehr gestiegen sind. Und dies meist bei 30- bis 50-Jährigen, also komplett außerhalb des normalen Altersspektrum. Also bei den Menschen, wo dies eher nicht sein sollte. Doch das sind bei weitem nicht die einzigen Zahlen, die ungewöhnlich anstiegen. Auch die Zahlen von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen haben in den letzten Jahrzehnten ihren dezenten Sprung nach oben gemacht. Doch woran könnte dies liegen? Es gibt da sicherlich unzählige Einflussfaktoren, doch wir können einige relativ klar benennen. Inhaltsstoffe und Zusatzstoffe. Denn die Chemie verändert die Körperchemie. Das wissen wir aus dem Biologie- bzw. dem Chemieunterricht. Das steht auf den Beipackzetteln jedes einzelnen Medikamentes. Darauf beruht das Wirkprinzip jedes Medikamentes. Es steht auf den Warnschildern von Giftschränken und wird immer wieder in Bezug auf chemische Hormone hingewiesen, die viel Schaden anrichten können. Aber vielmehr wissen wir dies von den tausenden von chemischen und synthetischen Zusatzstoffen in alltäglichen Nahrungsmitteln. Und Getränken. Bei vielen von diesen wird kein wirklicher Hehl daraus gemacht, dass sie tatsächlich schädlich sind. Trotzdem dürfen solche zum Teil hochgiftigen Zusatzstoffe in der Lebensmittelproduktion verwendet werden, da sie bestimmte Grenzwerte unterschreiten. Was für eine dreiste Lüge. Lebensmittel-Lobby macht dies auch schon seit über 120 Jahren, wenn nicht noch länger. Zumindest vor 120 Jahren hatte sich der Chemiker Dr. Harvey Wiley semi-erfolgreich mit dem Lebensmittel-Lobby angelegt. Er kämpfte nur dezente jahrzehntelang darum, dass verschiedene hochgiftige Lebensmittelzusätze nicht mehr verwendet werden dürfen. Doch dazu erfahrt er mehr in der Doku The Poison Squad. Heutzutage würde der arme Mann sicherlich zu den Verschwörungstheoretikern gesteckt werden und somit mundtot gemacht werden. Leider ist diese Doku nur auf Englisch zu finden. Es gab da mal eine übersetzte Version von Arte, doch egal wie lange ich diese versucht habe zu finden, diese Version ist vom Erdbuben verschwunden. Und der Link vom Reupload ist auch nicht mehr vorhanden. Oh, kleiner Fakt von einer meiner Lieblingsfirmen. Hust, Sarkasmus, Hust. Monsanto hatte bereits 1901 Lebensmittelzusätze auf den Markt gebracht, welche Lebensmittel haltbarer machen sollten. Solche ungefährlichen Zusätze wie Formaldehyde, damit das Fleisch nicht so schnell gammelt. Formaldehyde, zur Erinnerung werden zur Einbalsamierung von Leichen verwendet. Sicherlich sind diese unbedenklich für den Verbraucher. Weiter wurden auch Kupfersulfate, welche Schwermetalle sind verwendet, damit das Gemüse grün bleibt, nachdem man es eingemacht hat, was zu dem Zeitpunkt die gängige Art war der Lebensmittelkonservierung. Kupfersulfate sind nur so ein bisschen hochtoxisch und führen neben Verätzungen der Schleimhäute zu Durchfällen, Erbrechen, Zerstörung der roten Blutkörperchen Blutpinkeln und, naja, dem Tod. Also total unbedenklich. Natürlich sind die Menschen nicht reihenweise umgefallen und haben an allen Ecken Blut gepinkelt. Solch eine Publicity kann sich keiner leisten. Die Dosierung war so schon gewählt, dass es ein bisschen dauerte, bis jemand mit dem Blutpinkeln anfing. Dann brachte es ja keiner mehr mit dem Essen in Verbindung. Zumindest nicht sofort. Bitte behaltet euch den Namen Monsanto im Hinterkopf. Dieser Name wird sich noch einige Male in meinen nächsten Folgen wiederholen. Und so ist es leider auch noch heute. Denn Politiker wie Frau Glöckner und Co., was unsere Ernährungsminister sein sollen, machen es dank ihrer skrupellosen Korruption und ihrem dreisten Missbrauch ihres Amtes möglich. Witziger Funfact. Die Medien haben darüber sogar berichtet, wie korrupt Frau Glöckner ist. Und sie hat auch kein Hehl daraus gemacht, wie dicke sie zum Beispiel mit Nestle bis heute ist. Doch gab es irgendwelche Konsequenzen? Nein, leider nein. Nein. Merkwürdig, oder? Hm. So musste auch der Chemiker Dr. Harvey Wally damals nachweisen, dass das Zeug, was man da so ins Essen getan hat, nicht so ganz für die Gesundheit war und auch bis heute so ist. So hat er eine kleine Gruppe freiwilliger junger Männer sich suchen müssen und diese mit Essen versorgt, welche mit diesen Zusätzen versehen waren. Und es kam, wie es kommen musste. Die Männer wurden krank. Doch dazu mehr in der Doku. Wie 1900? So auch heute. Der Verbraucher muss nachweisen, dass ein Lebensmittelversatz ein Problem ist. Nicht andersherum. Und auch wenn sie dies nachweisen, tauchen plötzlich tolerierbare Grenzen auf. Die laut eigenen Zeitenforschungen nachweisen, dass dieser Wert vollkommen unbedenklich ist. Andere Meinungen bzw. Ergebnisse sind Fake News. Das ist leider so. Denkt allein einfach mal an die Tabaklobby. Wie viele Studien und Gegenstudien gab es da? Einfach unfassbar. Auch viele Studien von verschiedenen Zusätzen sind von den produzierenden Firmen am meisten selbst finanziert bzw. geschmiert. Punkt. Das Problem mit vielen Studien ist, kaum einer schaut sie sich an. Versteht diese. Bzw. weiß, wie man sie kritisch-analytisch betrachten muss. Eine Studie ist nur so gut, wie man sie fälscht. Macht. Entschuldigung. Macht. Nein, im Ernst. Es gibt ja unglaublich viele gute Studien. Aber auch unglaublich viele Kackstudien, die nichts belegen, außer oberflächlich das, was von Finanzierern verlangt ist. Schaut mal genauer drauf, sieht man unzählige Widersprüche bzw. einfach grobe Fehler. Sofern man weiß, worauf man achten muss. Und an dieser Stelle bitte ich euch um Verzeihung, dass ich hier nicht weiter eingehen werde bzw. ein Beispiel nennen werde, was über irgendwelche Studien. Da ich ansonsten mich nicht a. zügeln werden kann, wodurch ich mal einige beliebte Studien vom Panikmacher Karl erläutern würde und wie er mithilfe dieser Studien bewusst die Bevölkerung getäuscht in die Irre geführt hat und somit belogen hat, was dazu führen könnte, dass mir die Folge gesperrt würde und b. ich den Rahmen der Folge mehr als sprengen werde. Also, nicht alle Studien sind schlecht. Doch es ist wie mit Nachrichten. Es gibt unglaublich viele von ihm. Sehr viele von ihnen sind Fake News. Sogenannte Nebelfackeln, um von den eigentlichen Problemen abzulenken. Und ehrlich gesagt hat kaum einer von uns weder die Lust noch Kraft, sich durch zig Studien durchzuwühlen. Es macht keinen Spaß. Da ist es viel einfacher, manche Sachen einfach so hinzunehmen, wie sie sind. Doch dazu gehört ihr ja zum Glück nicht. Sonst würdet ihr mir nicht zuhören. Versucht bitte, Informationen weiterhin kritisch-analytisch zu betrachten. Interfragt viele Informationen. Besonders Informationen, die sich zu gut anhören. Apropos gut aussehen anhören. Stellt euch mal folgende Frage. Wie kann es sein, dass wenn ihr mal zum Beispiel Kochschenken selber machen solltet, dieser grau aussieht und nicht rosa frisch, wie in der Kühltheke, ist euch mal aufgefallen, wie rot und rosa dort die Fleisch- sowie Aufschnittware aussieht. Woran könnte dies nur liegen? Und wie unbedenklich sind diese Zusätze? Das erfahrt ihr nächstes Mal, wenn ich dann auf die Zusätze bei Fleischprodukten eingehe. Und das ist wirklich nicht lecker, weil ganz viel Gammel zu Gold umgewandelt wird. Aber ich greife vor. Daher bleibt mir leider nur eins zu sagen. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Schalte gerne nächstes Mal wieder rein. Hör nicht weg, sondern hör zu. Dein Jo. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Denk über meine Worte nach. Diskutiere diesen mit Freunden. Familie und unten in den Kommentaren. Wenn du mich unterstützen willst, dann nutze den Link zu meiner Patreon-Seite. Hinterlasse bitte einen Daumen hoch, ein Herz, 1000 Sterne oder womit du auf deiner Plattform anzeigen kannst, dass es dir gefallen hat. Auf Wiedersehen.